Die Sorgen um steigende Inflationsraten rund um den Globus werden größer. In Deutschland kletterten die Preise im Mai um 2,5 Prozent. Das ist die größte Steigerung seit knapp zehn Jahren. Und in den Vereinigten Staaten waren es im Mai sogar 5 Prozent. Die angesehene Bank of America warnt denn vor diesem Hintergrund durchaus auch vor einer zumindest temporären Hyperinflation. Und so kann es kaum verwundern, dass auch die Nachfrage nach Gold wieder steigt. Fragen dazu an Vermögensverwalter Andreas Glogger, ist Geschäftsführer bei Glogger & Partner. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Franeck. Was sind denn die Hauptgründe für die steigenden Preise von Benzin über Lebensmittel bis hin zu den viel zitierten Dachlatten? Ja, es gibt natürlich mehrere Gründe. Zum einen haben wir Basiseffekte, weil vor einem Jahr die Inflation extrem niedrig war. Und zum anderen haben wir natürlich wirklich gestiegene Benzinkosten, zum Beispiel durch die CO2-Steuer oder die Anpassung der Mehrwertsteuer. Oder eben, dass die Wirtschaft wieder in die Gänge kommt, nachdem sie letztes Jahr komplett runtergefahren ist. Das führt natürlich auch zu einem Nachfrageengpass. Und das treibt natürlich auch die Preise. Ja, da ist schon etwas Unruhe gerade drin. Auch der Goldpreis zieht nach einer Konsolidierung über den Winter wieder an. Auch mit Schwankungen natürlich. Bis auf ein Fünf-Monats-Hoch zuletzt sehen Sie hier eine Verbindung zu den Inflationsschlagzeilen. Gut, Gold wird ja aus vielschichtigen Gründen gekauft. Natürlich hängt die Inflationsangst auch mit dem Goldpreis zusammen. Aber es hängt vielleicht auch mit der Alternativlosigkeit. Es gibt keine Zinsen mehr. Immobilien hat man schon. Aktien hat man schon. Oder gar was ist mit den Staatsschulden, die auf der ganzen Welt hier jetzt auch durch Corona mit angehäuft wurden. Das veranlasst natürlich eine stärkere Goldnachfrage per se. Und der Mix lässt den Preis so eben sein, wie er gerade ist. Bei ca. 1800, 1900 Dollar die Unse. Aber vielleicht auch noch mehr. Aber es gibt auch durchaus Gegenwind von der Zinsfront. Sicherlich nicht von den Leitzinsen, die bis auf weiteres ja tief unten bleiben sollen. Aber die Realzinsen, beispielsweise die 10-jährige Staatsanleihe in den USA. Rund 1,6 Prozent. Auch da unter Schwankungen natürlich. Wie bewerten Sie dieses Thema? Welche Rolle spielt das bei der Gesamtbetrachtung des Goldpreises? Also die Realzinsen in den USA sind ja tatsächlich bei minus 4 Prozent in etwa angekommen. Die Anleihe selber, die Treasury, rentiert im positiven Bereich mit 1,6. Und 1,6 ist jetzt noch keine Gefahr, keine Opportunität gegen den Gold oder auch nicht gegen den Aktienmarkt. Wir sehen das auch als eine normale Schwankung in den Märkten. Man sieht auch, dass der Rentenmarkt in den USA den Anstieg der Inflation dort auf momentan ja 5 Prozent sehr gelassen annimmt. Und die Notenbank ja klar bekundet hat, sie wird auch dafür sorgen, dass das alles in ruhigen Bahnen bleibt. Wenn Sie das alles zusammenfassen, Herr Glogger, welche Preiserwartungen haben Sie für Gold für die kommenden zwölf Monate? Also tendenziell sehen wir Gold eher in einem steigenden Modus. So dieser Mix, den ich vorhin genannt habe, an verschiedenen Gründen, wird für weitere Nachfrage sorgen. Und wir glauben, dass Gold durchaus sich über 2.000 Dollar Richtung 2.100, 2.200 Dollar in den nächsten Wochen und Monaten sich bewegen wird. Abschließend, wie gewichten Sie Gold in Ihren Portfolios? Also Gold gehört natürlich wie jede Asset-Klasse in ein gesundes Portfolio gemischt. Aber bitte nicht übergewichtig. Wir sind aktuell bei circa 5 Prozent plus minus ein paar Punkte, je nach Mandat, wie Gold gewichtet ist. Dazu natürlich aber auch andere Sachwerte. Also man darf auch, sollte nicht vernachlässigen, die Minen zum Beispiel, die Produktion nach anderen Ärzten und all diesen Dingen, die jetzt von dem anstehenden Aufschwung, der vor uns steht, künftig profitieren wird. Vermögensverwalter Andreas Glogger zum Goldpreis in inflationären Zeiten. Als Geschäftsführer bei Glogger und Partner haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, schönen Tag.